Tyler Swift, Schock nach Einbruch auf ihrem Anwesen Tyler Swifts Haus im Fokus eines Einbrechers Schockmoment für Popstar Tyler Swift 28, ein Mann hat unerlaubt versucht auf ihr Anwesen in Beverly Hills gelangen Das berichte das US-Promi-Portal DMZ Ob die Sängerin zu dem Zeitpunkt überhaupt anwesend war, ist nicht bekannt Tyler Swift, ein Dringling konnte gefasst werden Der Mann, der von der örtlichen Polizei als Durchreisender beschrieben wurde, konnte in Gewahrsam genommen werden Tyler Swift Sicherheitsleute hatten den Mann dabei beobachtet, wie er versucht hatte, über eine etwa 2 Meter hohe Mauer zu klettern Die das Anwesen der Sängerin umgibt und die Polizei alarmiert Der Mann wird nun unerlaubt des Betreten eines Privatgrundstücks vorgeworfen Sollte er dafür verurteilt werden, drohen ihm bis zu 6 Monate Gefängnis Tyler Swift hatte das Anwesen 2015 für 25 Millionen Dollar, umrechnet etwa 20,2 Millionen Euro, erworben Und 2017 hatte die Sängerin dann die Mauer um das Gelände herum errichten lassen Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.